Musik So, moin ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Genau, wir hatten das Gerät jetzt schon gekauft, habt ihr ja gestern mitgekriegt. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, jetzt brauchen wir das andere Fahrzeug. Wir brauchen den Trecker mit dem Anleger, genau. Ich hab ja die Zeit ein bisschen nach vorne gesehen. So, mir liegt was im Weg. Weil der Agro-Liner muss dahinter, weil da kann kein größerer Anleger dahinter. Das wird nix. Das wär auch etwas Käse. Ja, wenn's Licht angeht, dann steht das Spiel, ich weiß. Mit Licht hakt er noch mehr, wa? Das ist ja mal richtig doof. Ha, ich brauch unbedingt eine andere Grafikkarte. Okay, warte mal, ich mach mal das Licht aus, weil das ist ja scheiße. Ja. Sie ist ja ezent. Also nachts braucht das Spiel wohl mehr Performance, hab ich den Verdacht. Wir haben Tage. Ah, tut sich aber was halt. Aber das mit dem Haken gefällt mir nicht. Da muss ich mir was einfallen. So, deswegen. Ah, toll. Meils, wenn du schon das Licht ausmachst, dann mach's auch richtig aus. Das war der Fehler. Okay. Ritt. So, dann machen wir mal. Abkuppeln. Den an die Seite. Ja. Schaut gut aus. Dann muss man mal gucken. E.W. aussteigen. Das geht auch schneller. Das geht auch schneller. Schon kranschendes, gewaltiges, dickes Ding hier. Okay. Geräte ausweilen. Oh. Meinst du, wird das nix, was du davor hast? Okay. Ja. 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 Jetzt müssen wir eh gucken. Wann das 2 greif genug ist, wa? Ja. 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 Da werde ich auch ein Teil manuell fahren müssen, denke ich. Aber 100. So. Dann machen wir mal gucken. Ha, jetzt müssen wir leider warten. Okay. Vielleicht ihr nicht, aber ich. Höh. So. Ihr hattet eine... Nein. Hattet ihr nicht. Ich hatte eine Pause. Genau. Guckt mal auf die Uhrzeit. 11.32 Uhr. Weil sonst hättet ihr zu lange warten müssen. Weil ich kann ja keine Folgen hier 100 Stunden machen, nur weil das hier wachsen muss. Wie ihr seht, seht ihr? Hat's gewachsen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das mit dem Helfer funktioniert. So, ob mit dem Helfer geht. Sieht nicht so aus. Warum auch immer. Okay. Okay. Hm? … … … … … Näht wohl. Das muss ich selber machen. Das macht keine Helfer, Leute. Seht ihr es? Das muss ich selber tun. Das wird eine lustige Arbeit. Gut abgepasst bei uns. Dann schauen wir noch mal. Ich war jetzt gerade ruhig, weil ich mich einmal kurz selber konzentrieren musste. Ich war jetzt gerade ruhig. So, und das muss ich jetzt zur BGA karren. Da bin ich ja mal gespannt. Das gibt ja einen Traumjob, Leute. Das ist ja... Das ist ja... Das war's. Das artet den Arbeiter aus, was ich da jetzt fabriziert hab. Schauen wir mal. So, dann düsen wir dieses ganze Giraffel jetzt erstmal zum BGA. So, jetzt haben wir eine Schranke. 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 So, dann wollen wir mal gucken. Da, ja, ja, ich kann helfe hinter ist, ne? Muss man dann halt gucken, wie sie gucken. Klappt doch gut. Schöne Arbeiter, wie sie hier, klasse, begeistert. Wie häckselt das jetzt, ne? Genau, es ist also kein Körnermais, deswegen haben wir ja häckseln. Jetzt komme ich aber völlig aus der Spur. Hast du das gesehen? Okay. So, dann gehen wir mal. So, dann gehen wir mal. Und folgen. Und voll ist die Maschine wieder. Wie schön. So ihr Lieben, wir sind hier über 15 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn ich weiter vorgearbeitet habe, okay? Alles klar, ihr habt ja jetzt gesehen, was auf mich zukommt. Oh, oh, oh. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und danke fürs Zuschauen und denkt dran, Daumen nach oben. Und wenn ihr was habt, schreibt es unter die Kommentare. Ne? Alles klar. Tschüssi Kowski.